Hello und was geht ab meine Freunde und lieben Zuschauer auf meinem Kanal heiße ich euch herzlich willkommen und zwar habe ich mir vorgenommen diese wunderschöne Pikachu V-Union Box von Celebrations zu öffnen weil mir tatsächlich aufgefallen ist, dass ich fast alles eigentlich von Celebrations geöffnet hatte damals aber diese Box habe ich irgendwie nicht zu fassen gekriegt und jetzt dachte ich mir nach all den ganzen Videos, ich werfe die mal hinterher und öffne diese schöne Box, denn ich habe nämlich wieder großes Glück gehabt ich bin wie ihr wisst immer auf Schnäppchenjagd und habe jetzt die Box hier online gefunden und habe einfach zugeschlagen, damit ich auch diese schönen Promokarten in meiner Sammlung willkommen heißen kann weil ich finde diese Box an sich ist eher ein schwaches Produkt wenn man sich den Inhalt mal anschaut zum Öffnen hätte ich lieber die anderen Boxen empfohlen oder die Top Trainer Box, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach dort viel viel besser ist aber man will ja die ganze Sammlung vollzählig haben samt Promos und wir haben hier wunderschöne Pikachu Promokarten einmal sowie vier Celebrations Booster und einmal schaurige Herrschaft sowie Farbenschock wir schauen uns mal die Qualität der Promokarten etwas genauer an und hier haben wir noch eine Code-Karte für euch meine Freunde schlag da gerne zu und wir holen die mal alle raus war jetzt nicht so optimal und das coole an dieser schönen Promokarte ist, dass die vier Karten ein großes ganzes Bild ergeben also auf jeden Fall eine coole Sache sieht auf jeden Fall in einem Band auch richtig nice aus und passend dazu haben wir noch eine Trainerin Professor Burnett einmal bekommen mit dem Stamp dazu auch cool, habe ich selber noch nicht und dazu gibt es quasi für die Jumbo-Kartensammler unter euch gibt es dazu die Karte noch einmal in der Vollversion auch cool gemacht da ist einfach jedes Pikachu von jedem Illustrator drauf in verschiedensten Versionen also coole, coole Sache die kommen auf jeden Fall in den Binder sowie meine große Jumbo-Karte mega nice und ich würde sagen, weil es ein Opening ist öffnen wir natürlich auch den Rest der Box wir haben hier wie schon bereits erwähnt einmal Farbenschock sowie schaurige Herrschaft und dazu noch insgesamt vier Celebration Booster die würde ich sagen so ich würde sagen, die vier Celebration Booster heben wir uns mal zum Schluss auf und öffnen wie ich finde, zwei sehr schöne Sets einmal Farbenschocks sowie schaurige Herrschaft wie ich finde, persönlich zwei sehr schöne und starke Sets und wir starten hier mit einem Formel Wuffels und hoffen, was cooles zu ziehen aber es ist ein Suppler-Leck und ein Vostelka leider hat dieses Booster nicht gegönnt schade meine Freunde aber ich habe es ja auch schließlich nur geöffnet wegen den schönen Promokarten und weil die Box jetzt auch nicht mehr so schön ausgesehen hat dachte ich mir was soll's öffnest du sie jetzt einfach mal und ihr könnt hier ein schönes oh, wir haben hier einmal Trassler, die Vorentwicklung und dann einmal Gardevoir, Holo gezogen schaurige Herrschaft ist meiner Meinung nach ein sehr sehr unterschätztes Set meine Freunde haltet auf jeden Fall eure Augen auf ist nur meine persönliche Meinung diesbezüglich wir haben hier noch zu guter Letzt vier Celebrations Booster der ein oder andere aufmerksame Zuschauer der vielleicht auch abonniert hat kurz an der Stelle auch mal erwähnt einmal abonnieren und liken nicht vergessen meine Freunde ich versuche hier viel Content für euch zu kreieren und das ist auf jeden Fall eine kostenlose und tolle Unterstützung für meinen Kanal und wir haben hier einen falschen Professor Eich sowie einen Double Hit Sachian V gezogen richtig cool und da würde ich mich an der Stelle freuen und übrigens an die neuen Zuschauer da draußen schaut euch unbedingt mein letztes Video an das wird hier gleich eingeblendet da habe ich nämlich kann ich euch mal gleich zeigen da habe ich nämlich eine Ultra Premium Kollektion nach fast anderthalb Jahren gekauft und wir haben Pikachu gezogen genau die habe ich für einen unverschämt günstigen Preis geholt kann ich euch nur empfehlen schaut sie euch auf jeden Fall an weil es ist ein sehr sehr interessantes Video meine Freunde wir haben hier das vorletzte Booster für das heutige Opening und ziehen wieder den falschen Professor Eich und leider kein Double Hit schade so Lastpack Magic meine Freunde dann gehen wir mal kurz rein ich würde auf jeden Fall interessieren wie findet ihr die Box hättet ihr die auch geöffnet haut es in die Kommentare und wir haben hier einen geilen Big Hit meine Freunde und zwar einmal Knackkrag richtig schön den habe ich auch nur einmal gezogen jetzt habe ich den zweimal besser kann das Opening nicht end meine Freunde lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat ein Abo und Like da würde ich mich freuen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video haut da rein dann 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 Vielen Dank.